Hallo und herzlich willkommen zurück bei 3DT Jo, cool! 3DT? Weiter, was sind die Ablenkwann? So wie aus und so ein Cramps Ah, was ist das? Hallo, hallo, hallo Was war das? Ey, das ist diegel Oh, ey, da kam ne Granate! Lauf, Maxi! Guck mal, den hier einsammeln Ey, noch ne Brand, ne Brand! Ein Birnen! Plasma, was ist denn los? Nefi, ist es! Nein! Die Brand wird von Nefi nach mir geworfen, ey! Nein, ich hab keine Brand geworfen Good Gaming! Wer war das? Ich hab nichts getan Du hast dich vor Elfers aus dem Staub gemacht Du hast mich in den Schacht gekickt mit deiner Disco Ich hab keine Disco geworfen Dann war das Nefi Nein, ich hab auch keine Disco geworfen Können wir jetzt Nefi abknallen oder nicht? Oh Leute Was willst du eigentlich? Du wusstest doch, oder? Leute, wenn ich sterbe ist es Schigo Oder war die Brand sehr interessant? Ich hab gut geschoppt, Max Macht ihr sowas? Ey, hallo Was war bei Monopoly betrogen? Habs genau gesehen Ey, scheiße, wie kommt man denn hier weg? Ich bin gefangen Oh, shit Wird gesnippert von unten Die beiden dann zusammen da Hier, wer ist das? Schigo und Krabs Krabsens Krabsens? Krabsens, Krabs ohne Du hast mich mal so dumm zu bringen Du hast mich mal so dumm zu bringen It's on, it's on Es ist nicht on Ich hab nicht aufgemacht Was? Hat Nils jetzt Early abgeknallt? Oh Gott, Goro, wieso bist du so verletzt? Da fliegt ne Leiche Da hinter dir kommt ne Leiche runter Da ist der Leiche, warte, es ist, warte, warte Dann ist es Goro, oder? Nee Ich krieg's den nicht, sie fliegt hier rum Ey, Goro, du bist doch der Ziel Goro, du bist so'n Sonnenmann Schieß doch auf mich, man Oh, sorry Goro, ist es? Ja, ne? Ich komm nicht dran Oh Gott, hoffentlich, hoffentlich Warte, ich krieg ihn Ja Habt ihr euch gegenseitig getötet? Was habt ihr denn da gemacht? Nein, ich hab gar nichts gemacht Er wird Early getötet Pff, hoffentlich hat er keinen Berufsfeld Ich weiß es nicht Ist es noch übrig? Fick's nicht Warte Ich komm nicht dran Wie weit sterben sie wie die Fliegen Ja echt mal Ich versteh es nicht Oben ist einer ganz oben auf dem Schrank Achso Da klebt ja wer An der Decke Da klebt ja, hier oben war keiner Oder er ist durch Er ist in der Mitte im Regal Pass auf, die snippern Checkst du es nicht Lobby, dass du der letzte warst? Ich war da auch noch da Nefi ist auch noch da Nefi ist auch noch da Aber Nefi ist ja Traitor Das ist mir nicht meinet ja Ne, Krebs ist auch Ne, Krebs ist auch Ich bin ja auch Traitor Ne, Krebs war wieder inno Traitor Du Winfi, du schubst dir auch immer da runter Du hast versucht mich umzubringen ey Ja du, schubst, du hast mich schon zwei Mal da runter geschubbt Lass, schneid mir mal raus und schick mir das Ja Leute, ich hab mich kaputt drauf Blech nicht Ja, weil es gibt kein Videobeweis Ranzi, ich dachte du könntest mich schneller erschießen Ich wollte nicht Das hier ist die Map, wo wir G&G gegründet haben Ja Ja Keine Pointe Das war es auch nur so Die Aussage war schon Ich hab einfach nur gefragt Das wird Okay, Goro erschießt mich schon wieder Aber Fade regelt, Leute Fade regelt Hey, ich hab doch gerade Diegel eingesammelt Wenn Grants tot ist, bin ich jetzt Was? Oh Gott Und wenn Goro dann tot ist, hat Fade geregelt Oh Jesus, Leute, er hat eine Taube in der Hand Bist du behindert? Nee Oh Gott Eine legitime Frage Die hab ich immer auf den Grund Nein Oh nein Das war eine interessante Ecke Ohhhh Ich hab Lobby aus dem Irgendwo Ich hab gerade auf den Kopf gepackt Ey Geh mal Gronfirm Wer hat die auf mich geschossen? Hier ist ein Crater Vorsicht, da kommt eine Grammärte Ey, wer hat die Branden nach mir und Goro geworfen? Wer hat denn hier, das ist auch ein Anschlag an mich An mich Lass die Leiche liegen Na wo? Na wo? Willst du mit Lobos machen? Chico, 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 Chico Ist das Schild benutzen? Ist da gerade jemand runtergezahlt? Okay Boah Ey, wer werft die ganzen Instys nach dem Detective? Oh nein Chico, äh, Eisley wurde erschossen Von Leben Von Leben Chico wurde erschossen Na, im Lüftungsschacht rein Ich denke nicht Im Lüftungsschacht Jeder, der unten im Lüftungsschacht ist, ist Traitor Ich blick jetzt hoch Ich blick jetzt hoch Ich blick jetzt hoch Ich blick jetzt hoch Komm, schieß weiter auf mich Weil du da hinten Ich hab gar nichts gemacht Nein Nein Natürlich hast du nichts gemacht Ali Ali ist es Schieß Krabs ab Ali Alter Er hat die Taube Er hat die Taube Er hat die Taube Krabs hat die Taube Wer denn? Krabs Alter, diese scheiß die Oh, da ist mein Kollege Goro ist es Oh, Chico Können nicht mehr viele sein Gott, da kommen wir nicht zu nah Ja Feiner Du Arsch Ehh Ehh, wann haben wir denn noch Feines Keiner hier ist so fly Nein 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 Was ist los mit dir? Weißt du wo alles? Nö Lass ich sehen Er ist unten hinter dem Truck Unter dem Truck Warte, 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 lass ich mich ist Lass ich mich, ich hab dem Trick, ich hab dem Trick Pass auf, pass auf Pass auf, pass auf Toller Trick Ashley Ich dachte Chico lebt auch noch Deswegen hab ich noch nicht auf Nils geschossen Ab erst Okay, die Waffe ist scheiße. Ey, drei Schaden hast du gemacht. Nils, du hast so Glück gehabt, ich wollte dich gerade erschießen. Ja, ich weiß. Ich hab dir die 91 Damage gemacht. Ja, warum? Und dann hat Shigo mich... Weil du... Ich hab mal auf mein Handy geguckt. Ja, ist mir doch egal, das hat ja hier nichts zu suchen. Na und? Ich darf wohl noch auf mein Handy gucken. Was, das Handy oder das drauf gucken? Beides. Läuft er da in diese eine Ecke und dann geht er auch noch so einen Schritt zurück in den Schatten. Das sah sehr geil aus von meiner Position. Der hat da schon längst eingekauft. Und dann heilt er sich so eisgeil und das lustig ist, das ist ja 100 HP, aber hat so eine Schusswunde am Kopf. Deine Mütze war rot gewesen. Ich hab vorher auch noch gesagt, dass ich 91 Schaden bekommen hab. Und dann läuft er da voll hell wieder rum. Ja, aber da kriegt ja eh keiner mit. Robio steppt jetzt. Robio steppt jetzt. Brant ist frei zum Abschluss mit. Ey. Was? Aua. Meine Nase Kekse ey. Guck mal. Aua meine Nase Kekse. Aua meine Nase Kekse. Muss man das verstehen? Aua meine Nase Kekse. Halt sie doch mal was da hin. Halt sie doch mal was da hin. Wo sie Goro brannt. Goro dort sind. Ah ey wer wollt mich hier. War das ne Vorausahnung, dass er brennt oder? Es. Ja warte ich hab gleich einen. Zweite Etage am Fernseher. Wie ist das? Das war eben Dingens hier. Äh Grant. Wir sind in der Schublade verschwunden. Ist das? Ich bin oben drauf. Ich muss mich angeschossen haben dann. Ne das ist Grant. Wir sind in der Schublade verschwunden. Das war ein Mordversuch. Ein Mordversuch. Detective Claire da auf. Ich dachte erst mal Nils. Aber er wurde ja angeschossen. Ja. Das Goro. Detective Claire da auf. Äh da sitzt auch irgendwie ein Sniper in dem Bücherregal. Wollte ich grad sagen. Im Regal. Ein Sniper? Das muss Nefi sein. Nein. Ganz unten gerade. Ja dann muss es Crab sein. Wer ist da? Chigo ist da. Dadu hat sich ins Bein geschossen gerade. Nein. 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 Oh Gott. Schigo. Bist du wahnsinnig? Und jetzt. Äh. Netter Versuch Nefi. Netter Versuch da du. Netter Versuch. Das Problem ist. Die ähm. Die neue Merkur-Granate. Die fliegt nicht aus deiner Leiche raus. Sondern aus der der dich killt. Was? Du kannst ihr fast gar nicht mehr entkommen. Oh. Oh. Alter. Haben wir den richtigen angeschossen. Ich dachte du hattest das auch gekauft, Grants. Nein. So ne Noob-Sachen. Oh. Was hast du, ey. Was warst du das? Ja, ja. Ich war das. Was war da denn los, ey? So ein Fehler? So ein Parzell. Du bist in dem Moment losgeflogen. Dann wurde ich grad abgedrückt, hab ich dir nur so ins Bein geschossen. Scheiße. Dachte ich auch so jetzt einfach mal nichts sagen. Scheiße. Dann hat Early auf einmal mich gesehen, ey. Oh. Early hat auch auf dich geschossen. Irgendwann ist gestorben. Genau rechtzeitig gestorben. Oh shit. Was soll ich jetzt tun? Oh. 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 Da hat einer gesippelt. Ich brenne. Detective hast du das? Nein. Der andere Detective? Nein. Das war unten im Bügerregal. 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 Das war Disco. Das war Disco. Ja, Disco. Oh. 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 Ich habe den Shotgun. Ich habe ihn. Nein, nein, nein. Da unten Nils, da unten Nils. Friendship Beam, wir gehen da weg. Nils, komm da raus. Nils, komm da raus. Komm da raus, Bot. Der ganze Lüftung Schacht. Wie hab ich das überlebt? Alter. Schon haben es alle überlebt, die da drin waren. Dann muss es Early sein. Wie so ist? Ich habe nur noch 16 HP. Hier ist ein Toter bei mir. Hier ist ein Toter. Ey. Wer liegt hier? Wer liegt hier? Good Gaming. Okay, jetzt mach ich eine Insie. Inu. Inu. Early ist es wirklich. Das ist doch Early. Na. Die sind mehr. Die haben mehr geschafft. Er ist im Schacht untergegangen. Goro unten. Er lebt noch. Betrinkt einer, betrinkt. Oh. Oh. Dankeschön. So. Und du? Wir sind jetzt noch über Dalu. Hier im Schacht, im Schacht, im Schacht. Einmal McDi. Ne. Das war im Schacht. Wer ist das? Dalu-Cards. Inu. Noch irgendwie ist ein Sicherregal unterwegs. Ah, guck mal da unten. Da ist ein Nefi. Hallo. Da ist ein Aufflopper. Der zieht mir. Da ist ein Maxi. Da unten. Da. Da. Du. In dem oberen Fach. Nein! Wo ist er? Ups. Oh, nein. Keine Chance. Hast du dich jetzt vercampt? Jawoll, krass ey. Das war jetzt aber auch mehr Glück als er stand, dass er es noch gereicht hat. Warum? Er kommt doch so schnell gar nicht den Schacht runter. Eigentlich schon, ja. Wo warst du denn da oben? Gerade reingekommen in den Tunnel. Ja, und dann hat er schon gezündet. Also kurz bevor er reingegangen ist, hat er gezündet und ist noch um die Ecke gegangen. Eigentlich war das schon Glück, ja. Eigentlich, ja. Ich hätte ja noch meine Märtyrer hinterher geworfen. Alles was da war. Oh, keiner hier oben. Was ist da los? Was ist da los? Pass auf. Nicht, dass du runterfällst. Was ist da los? Tadaa. 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 Hallo. Nicht pfeifen im TS. Das ist verboten. Er ist hier gebannt. Oh, 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 oh. Ey, wer wirft hier die Discos? Aber warum? Was? Mit der Hoffnung, was irgendwie versteht. Ich war halt Discos. Oh mein. Brand ist zum Abschluss freigegeben. Jawoll. Wir müssen das Feuer verbreiten, Leute. Wir müssen das Feuer verbreiten. Oh Gott, hier kommt Feuerlauf. Das war, wer war das? Was? Ey, wer bist du? Ich habe die Brand nicht da reingeworfen. Ich habe die Brand nicht da reingeworfen. Nicht zwischen mir. Ich will nicht dazwischen stehen. Flopper. Mädels. Hab ihn. Alter, Schawede. 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 Ey, warum ist Early tot? Weil Dalu ihn getötet hat. Warum? Weil Early direkt auf Dalu nur in sie geworfen hat. Aber Dalu hat sich dafür auch selber getötet. Okay, brennt ja irgendwie. Umgetötet. Brennt alles. Ey. Er hat sich umgetötet. Los. Pff. Du hast mir ein neues Leben abgezogen, Noah. Hinter dir, Lurius. Wolltest du mich verarschen, weißt du? Chico. Probe Boxer. Oh Gott. Ich habe einen Fehler gemacht. Noch einer. Ich glaube nie, ist das gefallen, oder? Nein, nein, nein. Alles klar. Oh, das war ich nicht, das war ich nicht. Hä? Wo kam das denn jetzt? Keine Ahnung, wo kam das? Hier. Das ist tot. Gaming, was los? Das Feuer kam einfach. Warum hast du Crips getötet? Hier ist McFly tot. Warum? Was hast du gemacht? Ich habe nicht alles gewusst. Nils tötet alle, seit dem Abschuss. Oh mein Gott. Die Disco hatte einen erstaunlichen Radius. Ist das so? Chico ist da noch. Ja. Oh, ihr seid doch alle. Gib's zu. Ja. Gib's doch mal zu, ey. Lauf, Chico. Oh, Chico. Oh Gott. Es ist Goro. Wo ist er? Dann ist es auch Nefi, Chico. Ah, ihr Sniper, nein, einer Sniper auf mich. Ha? Goro. Hey, hey, hey. Das ist nett. Ah. Bin ich jetzt allein? Als Inno. Das heißt, ich kann jeder schießen, den ich finde. Wenn ich jemanden mal finde. Da bist du. Oh. Oh. Scheiße. Ah, mit einer Schrotze ist das doch Kacka. Ah. Find ich auch. Äh. Da. Komm mal näher. Ich habe hier nur Schrotzen. Schrotzen? Ich schrotze. Ist es denn wahr? Sie steht sogar und ich treffe dich. Nein. Nein. Noop, noop. Hahaha. Du wasch mich doch nicht. Nein. Was war da los, ich hab keine Boxen. Das war so ein Luckshot von mir.